hallo und herzlich willkommen zu let's play mit ihm 2 die preios ja ich habe euch ein kleines mixtape zusammengeschnitten ich denke das wird ganz cool dass euch einfach mal überraschen hier sehen wir gerade den roten drachen hatten gm beim rc event noch gedruckt ja gespawnt war ganz witzig aber hat nichts gehabt ja goldene bälle wollte ich eigentlich auch ein video zu machen aber das habe ich leicht verpeilt den switch habe ich verwendet 15 deutsch 15 krallen 10 zwei jahren schreibt es mal in die kommentare was haltet ihr davon war so ein bisschen naja also sollte das jetzt wirklich lassen weil da fehlen ja eigentlich schon die einhand drauf ne also durchschnitt schadenswiderstand einhand das ist ihr wisst was ich meine deswegen war ich mir da so ein bisschen unsicher ich hatte auch auf facebook gefragt aber da meinten alle lasst das auf jeden fall bis auf einer glaube ich muss man nachgucken auf jeden fall dadurch dass da so viele kommentiert hatten hatte ich da auf das bild tatsächlich verdammt viele views aber naja facebook views hat man nichts von ja wir sind gerade noch beim razzador da sieht man noch gleich da noch beim nemmere weil ich hatte ja auch gesagt ja wenn wir nemmere machen dann zeige ich euch das noch mal aus meiner sicht und ja dann vielleicht auch ein bisschen bessere qualität weil das letztens von nacki das mussten wir ja doppelt rendern und so weiter da geht die qualität dann so ein bisschen verloren ja ihr wisst ja wahrscheinlich seit gestern kann man pets droppen da werde ich dann auf jeden fall wenn ich mehr weiß auch noch ein video machen wo ich dann alles erkläre und so wie das pad funktioniert und so weiter was wir bisher herausgefunden haben ist folgendes also wir sind uns noch nicht so einig wegen der futterquelle die muss man ja füttern und so weiter machen was wir bisher herausgefunden haben ist dass man die dinge mit den eiern selber füttern kann das heißt keine ahnung so ein affen nord kann man dann den razzador wie zum beispiel verfüttern mal so als beispiel und das ist etwas bisher herausgefunden haben ist nicht viel aber das gibt es ja auch erst seit gestern von vier bossen kann man die bisher droppen vom affen nord von der spinnen baroness vom razzador und von nimril ich glaube sogar dass die höheren tiere mehr drauf haben als die unteren ich weiß gar nicht ob das fest steht aber wir haben so die vermutung wurde mir zumindest gesagt gerade kommt dieser verdammt nahe aber ich will nicht eine aufnahme niesen von daher tun wir einfach mal so als ob das nicht passiert wäre ich weiß nicht ob man es an meiner stimme hört aber ich bin gerade ja ich glaube fünf oder zehn minuten wach da hat gerade der eric aka salon ein ei gedroppt also da auf jeden fall gwe da haben wir gerade den zweiten razzador aber auf jeden fall ein paar gemacht hat spaß gemacht auf jeden fall und da kommen unserem pvm gürtel auch immer näher wir haben das so aufgeteilt dass er seht der verteilt öfters mal one hits wenn man so aufgeteilt dass dass man so eine rangliste quasi hat von wegen wer den nächsten gürtel bekommen und so die rangliste gestaltet sich ja so wer am meisten mitgekommen ist und wenn man dann zehn flammen steine oder so voll hast dann gucken wir es am höchsten wer am meisten fans gemacht und der kriegt dann die absachen da konnte ich ihn nicht angreifen mit skills jetzt aber und ja gucken wir doch mal was er gedroppt hat und zwar ein razzador für fussy ich habe auch so ein ei bekommen habe es aber noch nicht aufgemacht ihr müsst mir mal schreiben wo ihr das am sinnigsten findet wo ich das aufmachen soll auf queenie auch war so pilar wie oder auf king for sie ist halt so die frage was macht am meisten sinn schreibt einfach mal in die kommentare da seht ihr gerade wie das razzador dingen aussieht und ja jetzt immer bei nembre hatte ich ja gesagt machen wir noch mal und dann zeige ich euch wie das so aus meiner sicht aussieht und da sieht es gerade auch ich habe jetzt nur minimal was aufgenommen einfach um ein bisschen ein blick zu gewähren aber den boss one habe ich komplett aufgenommen oh ja den seht ihr jetzt das mit dem boden seht ihr da wahrscheinlich jetzt da ist so ein keine ahnung so ein grafik bug also es lag letztes mal nicht an lucky aber wenn man so ein bisschen die kamera so ein bisschen ausprobiert dann klappt das auch aber soweit man die wieder verschiebt ist der boden wieder so gitterisch sage ich mal also so ist ja auch egal auf jeden fall wir werden wahrscheinlich jetzt die nächsten tage verdammt viele boss ones machen kommt ganz gelegen vor allen dingen auch wegen gürtel und so weiter also da habe ich auf jeden fall bock drauf schreibt es in die kommentare wollt ihr davon mehr sehen und so weiter könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben was ihr so bisher über die pets erfahren habt und so das würde mich auf jeden fall interessieren habt ihr schon eine andere futter quelle oder sowas gefunden ist natürlich sehr interessant wie gesagt wenn ich mehr weiß dann werde ich ein video über das pet system machen und schreibt mir mal in die kommentare was haltet ihr von den ohrringen 15 deutsch 15 krallen 10 zweihand und wo soll ich das pet aufmachen schreibt einfach mal in die kommentare mich würde interessieren was ihr so davon haltet und ich würde sagen das war's von mir alle social media links findet ihr in der video beschreibung ich bin raus bis denne grüße für sie